Na, dort! War der Heike? Nee, diesmal nicht. Was hat der für geschützt? Oder dasselbe? Oh ja. Das muss wehtun! Der ging voll durch ihre Panzer rum! Macht der Panzer viel dahinten. Na ja, mal angreifen. Oh, Felsen! Kette verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Wir haben sie! Tja, das geschützt schiefst schnell! Hä? Hä? Na komm! Genau! Kette repariert! Weiter geht's! Oh! Nee, auf den! Oh, jetzt ist der hinter den T1 gefahren! Hä? Sind da noch mitgeschossen! Wirkungstreffer! Also die Zielgeschwindigkeit von den Dingen ist aber nicht grad... ...das best... ...das best... ...daugt... ...gannschön lang! Hä? Hä? Wo konnten wir da auf den schießen? Hä? Ich kann nicht auf den schießen! Da hinten steht er! Da hinten steht er! Das ist eigentlich die Art 2! Oh, bei uns drüben schon! Ah, zu langsam! Ja! Haha! Tja! Zwei auf ein. Oh, Artillerie. Oh, zieht die hier? Nö. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Oh, die Orti 2. Nee, mit dem Leben nicht. Übernehme ich lieber. Mit 35 HP leg ich mich mit der AT2 um. Die ist ja schon im Single. Oh, da helf ich? Oh, ich weiß nicht. Ich hab da 35 HP. Ach, die zwei hat jetzt auch gute Banzerung. Ah, nee, wir übernommen. Ich weiß nicht, soll ich das Geschütze überforschen oder nicht? Nee, ich benutze sowieso nicht. Aber? Könnte ich meinen Umdisch? Hm. Na, holz, holz. Hier im Vorschuss. Kann ich euch das mal zeichnen, das Geschütze? Wo ist das? Wo ist das klein? Ähm. Hol doch um Schuss. Ähm. Ich glaub, da... ein bisschen mehr HE. 15 HE, glaub ich. Und... Da... Wo schock' mehr? Nee, mehr HE. Ähm. So. Sieht zu klein aus, das Grütz. Mal schauen. KV-1-S, drei Stück. Und eine... 44. Ich hab' ich doch keine Chance. Hätt' ich mir noch mehr Hei kaufen sollen, vielleicht. Da geh' ich nicht hin. Kann nicht sowas in dir verteidigen. Bei B-7 und so. Hä, was mach' ich denn zum Besten? Ich hab' gegen nix... Chance doch gegen A-20 und A-8 hätt' ich ja Chance. Oh, die haben auch n' G-H... G... H-E-E... Keine Ahnung, was ausspricht. ... ... ... ... ... ... 20 Boine die HAE Ich hol mir den 20 jetzt Nein Ja jetzt wo ich noch lernen hatte Na 8% hat er noch Also gegen A20 ist es gut Ich schätze gegen hohe Stufe hier ist vielleicht nicht so gutes Geschütz Jawoll Mit HE Naja Weiss nicht Na gegen Gleichstufe hier ganz gut Ähm Spiele ich jetzt Spiele ich den nochmal Ach das kann ich auch mit den erforschen Ja Spiele ich den nochmal Ähm Ich nehme hier Joe So Da ist jetzt wieder die Länge Die Kotte Hm Mh Gucke ich mir immer zu nur die gleichen Karten Die gleichen Karten Oder wie auch immer man das ausspricht Kein Kein Japanisch Los geht's Hm Ähm Mh Verteidig ich ihn Leute Auf der Seite Auf der Seite Aber oben Hä 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 Was denn Na da kommt nämlich schon einer Oh Crusader 4 Äh Crusader 4 Der ging voll durch ihre Panzerung Auf der Seite Auf der Seite Auf der Seite Ja Auf der Seite Auf der Seite Wie geht es mit einem Da ist doch keiner kommen Oh ja der Pompon geschützt Wirkungsreffer Oh das bringt mir nichts wenn Wenn der Hack zu mir steht wir haben sie nicht mal angekratzt der Gschuss jetzt weil wenn der das Pop-Barm geschützt hat der machte nur mehr als einen Schuss ach ne der hat einen Haufenwitz wirkungstreffer der ging voll durch ihre Panzerung hä, hauwitz, das ist doch eigentlich ja, ich kann nicht mehr das Geschütz das führt der sich auf wirkungstreffer der ging voll durch ihre Panzerung abpraller gegnerfahrzeug ausgeschaltet ok machte Spass der sticht gar nicht mehr verließen die der sticht doch gar nicht mehr vor allem vom Ohr schießen sie wir haben sie bös erwischt Höh ach, ist sie da hinten Querschläger na, ist zu 70 Querschläger ok oh, der auch geht hier auf ja sie ich sie Vielen Dank.